Schlechteres... Ähm... Ähm... Erstmal überlegen... Es ist halt irgendwie immer diese eine Phase, der stirbt immer gefühlt bei... Irgendeiner Situation, DoubleTank Ja, ich bin grad auch doof gestorben, also... Ja... Was wir mal machen können, ist, dass DoubleTank auf einer Seite sind, dass wir debaten. Dass wir halt eher versuchen, links zu stehen, dann rechts zu stehen. So, Tank hat... Jetzt mit dem großen Frisch mit dem anderen Teil, wieder verbunden, die haben, konnte sich nicht mit dem vom Der neuer einer Seite schreiben. Dann kann man dem cruise��fen werden. Das ist wichtig, dass die drüben Seite ein bisschen... Ich bin nur ein großer Fräuter, doch mit Träunen fänges Tag Ich habt nie zu lang gebraucht, um zu erkennen, was ich kann Meine Gedanken liegen in Hüllerweiten In den Hügelaus... Ich bin bereit, es ist soweit, ich hab mein Ziel erreicht In 7 Prozent kommen das ist machbar, das ist definitiv machbar. Riecht dein Traum immer noch weiter tief in dir. Eines was man noch machen könnte wäre, warte mal, Datikportal, ja. Ja. Herstum. Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte. Ja. 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 Ich habe einen Traum bekommen auf den Boxen. Ja. 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 Der ist irgendwo hinten bei uns. Ja. Ja. So, wir baiten die jetzt schon ein bisschen, wir gehen erstmal in die Richtung, das sind Jetzt sind Stacks nicht mehr so viel laufen. Direkt abgestackt ist gut. Einer hat ein bisschen Damage gebracht. So, voll drauf. Einen Faktion noch. Okay, Eruption. Oder gehen wir zum Krieger jetzt langsam hin. Oh, der wird gleich sterben. So, ich ziehe jetzt schon mal. So, raus. Cool, die Bubble ist nicht gut. Hinten hat der Style noch. Kehrt. Einfach raus dem Raw, dann ist der Boss gut. So, direkt abstecken. Und vorsichtig jetzt mit den Dingern hier. Einer. Wölder Kiel. Endfach ohne Heal. Oh, Mann. Das ist eine gute Welt. Das ist eine gute Welt. Ich glaube.